ja ich nachher Leute jetzt will mal einer gegen und wir wollen welche die mich von Ohren machen meine natürlich ja ich bin wie sie werden obwohl ich die ganze Zeit nur und so mitgezockt haben so ich wollte schon die Sniper der Waffe Prozent wenn er mich doppelt ha hallo hallo bei dem hat man sie doppelt okay okay ich gegen Bär wir wollen doch machen hey Jan gegen dich sorry sorry da kann die Steuerung ausziehen okay ähm so Mikrofon richtig ran okay ich gegen dich niemand scheint rein ähm ähm was macht ihr hört ihr mir nicht zu man schnell lasst können dann für die raus wenn die raus online ja du wolltest ja gegen mich oder was doch der Eisbär ne war er nicht ja okay Eisbär hallo ja nicht rein scheinen wenn Benni hallo ja du genau so wenig kann auch ich kann zugucken aber nicht rein sollen ich weiß ja das machst du jetzt halt auch mal jetzt halt rein scheine beende ich und öffnen direkt Rares die besten zwei Minuten Anfang des Videos aber oder ähm äh dann machen wir beide an äh bisschen mit magic und sowas ne also nicht wundern hä steckt nur in die kommentare und schreibt hier der Racer in Doop na man ich kann die genenkt von magic machen mit dem das na den müssen wir schnell mein Mikropf vorhin her richten 3 2 1 los so ein scheiß hart skop wer hat das hetzt eisbär so soll ich die meisten bestimmt natürlich die beste qualität für euch nur bieten dann ist halt noch online ging den ich ruhig das spiel ist alles blöde ich mache ich stumm einfach korrekt mit spaß da war drauf meiner war drauf oder seiner weiter kann ich ja noch gegen dich in der Seite was nein nicht ja nicht die seite nicht mal sagt was wie alt seid ihr habe ich verstanden gute antwort sehr sehr gute antwort feiert eine antwort richtig die wusser von der drübe online sagt du bist ein noob ich habe noch gar nicht gesehen um ehrlich zu sein der ist immerhin ein hättlich der lümmel alles klar man muss auch weit lützen der ruft immer so unpassend an der will immer so unpassend der arme aber ich manchmal bin ich so gut ist und manchmal so schlechtes da denkt man das sind zwei verschiedene kerle dafür bin aber meist an dem waffen gut guck mal eigentlich werde ich immer treffen so ehemalig dann hat es kommt noch dazu träge ich darüber außer hier wenn ihr kommt ich lege hast du seht einmal en smell .. modifications ... woonal ank mei es oder па ich Alles klar, wie knapp war da vorbei, Digga. Ey, ich schrei mal kurz mal im Internet. So. Alles klar, Digga. Soll ich da Mott? Nee. Kannst du auf anderen, die in der Lobby sind auch Mott sehen und seine Mott-Menü? Hä? Wie soll ich Mott-Menü geben, sag mal, Alter? Was? Hä? Sehr lang. Wie kann ich Mott-Menü geben, sag, sag, sag mir wie es geht, Herr Pannich hat's guckt, und ich mach's. Sag mir wie es geht. Sag mal wie ich es machen soll. Ich weiß es ja nicht, auf jeden Fall habe ich ein Video gesehen, da kann man nicht. Hä? Bei mir auf dem Kanal? Wenn ihr Mottet nicht mehr, dann sehen kann man ja nicht mehr. Ey, wo ist der Mott? Deswegen, dort mein Name allein, nur denken die meisten nicht Mott, das regt aber auch immer so auf. Das regt mich immer so auf. Ja. Ey, du hast ein Video mit 16k aufgeschickt. Ja, das ist ja das. Dadurch denken die meisten ja auch, dass ich Motte. Außer die, wo meine Videos täglich gucken, die wissen, dass ich nicht Motte. Zumindest die meisten. Oh. Hä? 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 Wie ist das los? Wie ich dich da geholt habe, beide. Halt doch auf YouTube was mal? Auf YouPorn heiße ich Ressermans. Und auf YouTube heiße ich Real Rasse. Hä? 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 Ich halte dich einfach gar nicht gesehen. Und auf YouTube heiße ich natürlich der Real Fake Racer. Real Fake Racer. Hahaha. Real Fake Racer. Ja. Real Fake Racer. Ja. Ja. Ah. E-Locker. Nee. Nenn ich einfach den German Monster halt eh, Digga. German Monster. Ich bin ein Monster. Monster. Heißt das YouTube Reςşallah? Was für Re wo der guckt manchmal meine videos aber ich selten seine manchmal kümmer bei dem vorbei weil ich mag sie mal ungern mit motto zu zocken weil die haben irgendwie fast immer was an all die modder ich kenne immer was an wenn es nicht nur ja nur noch weg ist egal was ohne an der guck noch schlimmer obwohl du gar nicht hackst hast du eine drohne doppel hacker weil du meinst wer glaubt ihr gewinnt schreibt es in den kommentaren nicht schummeln online online wer hat online gewinnt äh battlefield online hey 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 ich hab ja noch battlefield rein ja ich hab falsch verlesen mann ja guck mal mach später ich hab mich einfach bloß verlesen sorry wer ist ja nicht hartgott hartgott nee alles klar werde ich hartgott digga digga nee not fresh digga last year for 16 vergessen doch nö weil dann gewinnst du ja noch hehehe weil wenn du auch über 20 hast dann macht man es normalerweise nicht sonst bei mir wenn jetzt zum Beispiel 18 oder 17 hättest bloß dann werde ich's machen aber so nicht nee das ist unter aller sau unter aller sau hab ich erst gesehen Leute ja da denkt man sich nur du bist nur wenn m t b 66 platt ach genau so beenden das immer den da ist ich bin von gestern ein das war so richtig ekel gekriegt gemacht und gehabt hat er auch noch dazu jetzt so viel genuss kommt man hat man verspucken okay an der king gta den kann ich sagen woher okay dann mache ich jetzt nee das war's jetzt mit aufnahme sind auch schon zwölf minuten ja gibt dann nach oben wenn es euch gefallen hat und schöne leute